Hallo zusammen, in meinem Leben verändert sich gerade ziemlich viel, schon vor der Corona-Krise. Und zwar bin ich letztes Jahr 30 geworden. Und ich meine, mir denkt 30, das ist so ein bisschen der Start in einen neuen Lebensabschnitt. Man lässt Sachen hinter sich, es wandelt sich so ein bisschen. Ich meine, die grösste Veränderung ist natürlich, ich kann nicht mehr Skateboard fahren. Aber auch sonst, mir ist es zum Beispiel aufgefallen, ich gehe nicht mehr so gerne Bars, ich gehe nicht mehr so gerne Ausgang. Nicht unbedingt, weil ich nicht mehr gerne Party machen, nicht mehr gerne Sufen, nein, überhaupt nicht. Ich habe einfach nicht mehr gerne Leute. Ich habe keinen Bock mehr auf den Tanz. Wisst ihr, was der Tanz ist? Tanz ist, wenn man irgendwo ist, in einer Bar, man ist am Lachen mit seinen Kollegen, eins am Ziehen. Dann kommt jemand rein, der man kennt, aber man kennt sich auch nicht so gut, man hat sich vielleicht mal beim Arbeiten gesehen, aber man weiss den Namen nicht mehr, dann ist der Moment zum Hallo sagen vorbei, fuck. Jetzt schaust du extra in die Richtung, sie schauen extra in die Richtung, jetzt stehe ich an der Bar, nehm, dein Getränk ist leer, jetzt gehst du dorthin, fuck, jetzt musst du gleich alle sagen, hoi, wie geht's, ja, die Nixi, ey, mit dir neben mir. Schau, inzwischen bin ich 30, habe ich gemerkt, wie kindisch das Ganze einfach ist, und jetzt gebe ich mir aber einen Ruck und wechsle die Bar. Apropos Bar, vor der Corona-Krise habe ich so ein Plakat gesehen, dort ist gestanden, Jägenmeister, jetzt scharf. Und das ist wohl die dümmste Idee, die ich je in meinem Leben gehört habe. Ich frage mich einfach, was passiert bei Jägenmeister? Was läuft bei dieser Firma? Also sind dort alle Chefen so in einem Büro innen und dann sagt der CEO, Guys, wir müssen etwas machen, wir müssen etwas ändern, wir haben das gräusigste Getränk auf dieser Welt. Wie könnten wir es noch gräusiger machen? Hm, 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 scharf. Das ist es! Perfekt! Gräusiger geht es nicht mehr, Beförderungen für alle! Ich glaube, es ist in der gesamten Menschheitsgeschichte noch nie, jemand mit einem Double-RV Jägenmeister-Shots an einem Tisch, und er sagt, hey Leute, ich habe meine Shots besorgt. Und alle haben gesagt, yes, perfekt, das ist eine super Idee. Ich wollte heute sowieso kotzen. Auch etwas, was sich verändert hat in meinem Leben ist, immer wie mehr Leute in meinem Umfeld bekommen Kinder, Kollegen, Kolleginnen, werte Eltern, und mir ist da so etwas aufgefallen, so ein kleiner Unterschied zwischen den Generationen, so ein kleiner Generationenkonflikt zwischen der Generation meiner Grosseltern und meiner Generation, wenn es um Namen geht. Mir denkt es, wenn du in der heutigen Zeit ein Kind bekommst, ist es das Allerwichtigste, das Allerwichtigste, dass das Kind einen Namen hat, den sonst noch niemanden hat. Wenn du jemanden kennst, der den gleichen Namen hat, gerne, so können wir es nicht nennen. Weil es aber die meisten Namen schon gibt, und weil die meisten Leute unkreative Penne sind, nimmst du einfach einen bestehenden Namen, nimmst du den Buchstaben weg. So wie zum Beispiel aus Selina, Elina, oder aus Elena, Elea, oder aus Philipp, ohne I, und mir denke ich, früher ist das noch ganz anders gesehen. Früher hast du gesagt, fuck, man, schau, ich könne schon drei Namen, ich möchte mir sicher nicht noch einen mehr, der Kof heisst Ruedi. Wahrscheinlich die grösste Änderung in meinem Leben, jetzt als ich 30 bin, ist eine Änderung meiner Ziele, meine Lebenswünsche. Ich meine, gehen wir ein kleines Gedankenexperiment durch. Stellen wir uns vor, ich bin 20 und ich spaziere schon durch den Wald, lalala, plötzlich staupere ich über etwas, ah, was ist das? Eine Wunderlampe, da kommt der Geist raus. Du hast einen Wunsch frei. Ich meine, mit 20, was hätte ich mir da gewünscht? Ich möchte erfolgreich sein, mit meiner Comedy, mit meiner Musik, auf Tourneen gehen, auf der ganzen Welt, Stadien ausverkaufen. Oder vielleicht, ich möchte reisen gehen, ich möchte Abenteuer erleben, ich möchte Orte sehen, wo noch nie jemand anderes gesehen hat. Jetzt bin ich 30, was würde ich mir wünschen? Ich wünsche mir, dass ich jedes Mal nach dem Scheissen noch mal einmal putzen müsste. Es ist wirklich, manchmal denke ich, ich verbringe die Hälfte von meinem Leben einfach nur mit Putzen. Ich meine, der bestört. Noch nicht gut. Noch nicht gut. Noch nicht gut. Noch nicht... Es ist, wie es ist. Ich hoffe, das wird nicht schlimmer mit 40. Niemalski. Ja. Ja, das wird nicht. Untertitelung des ZDF, 2020